Ihr dürft euch einen Applaus geben, so ist es fein nett. Ihr wisst ihr doch, der Applaus ist des Künstlers groß. Guck einmal, und so ein Kleiner macht auch so Schorchester mit. Das ist ein riesen Applaus her. Ist der Peter eigentlich dabei? Nein, ist der Ossi dabei? Auch nicht. Ihr erinnert euch eigentlich Eingraben, die alle, oder? Meine Fresse. Vielen Dank fürs Kommen, wir sehen uns nachher. Ihr dürft mich einladen, gell? Ich bin doch gar nicht so. Schreien, sollen wir auch noch? Machen wir. Dreimal Pelzebue und dreimal Siegelhex machen wir. Dreimal Pelze! 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 Rusia! úcar! Segel! Pelze! Siegel! Elze! Vers Docker! Ja, aber Leute, die müssen doch mitmachen! oscillate TV稱azów So, meine letzte Woche dürfen wir ein bisschen laufen, dass wir für den nächsten Platz sind, oder was tun wir noch? Wir brauchen ein bisschen festmachen, viel Spaß euch noch! So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter weg! Wir begrüßen den Dr. Patrick, der Nachwurtswaggis aus Bossek, Schweiz! Die hinter uns sind keine Drehpunkte, aber es ist die lieben Arme, also wir hören uns schreit, gar hochgeräusche. Wir haben auch diese Drehzahl... ...und ist doch noch die Freize, jetzt wollen wir mal mal hart, aber es ist nicht so, wie wir sie hier haben. Das ist nicht so, wie wir sie hier haben, das ist nicht so, wie wir sie hier haben! Bauen wir mal ein bisschen an! Das war's für heute. Begrüße von den Nahen zu uns. Der erste ist Andreas Unger, der zweite ist der Peter Bick, der Peter der Stadt Rundland, der erste Anztagestelle. Die Nahen zu den Dellingen hat uns unterstützt. Dafür vielen Dank. Vielen Dank fürs Hören, vielen Dank fürs Kommen. Uns verbindet auch eine gewisse Freundschaft und dafür danke ich, dass das so ist. So, von allen Dingen an, dass wir noch mal öfter sind. Wir sind eigentlich international, gerade rüber, wir haben noch eine Schwanz, dann sind wir wieder zurück. Und wir haben hier noch eine andere, die schlafen alle, von den Rundland schlafen auch. So, herzlich willkommen zur Rundland Hochdorf. Vielen Dank, dass wir auswählen. So, und die schreien. Duriduri! 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 Vielen Dank, und wir drücken noch eine rein. Ich lasse mich einladen. Also der, wo das jetzt nicht verstanden hat. Kohen, Ems, Kohen, Ems, Österich. Also die sind auch ein ganz kurzer Weg da her. Also fünf Minuten länger brauchen wir. Vielen Dank, dass ihr wieder da seid. Auch Sie, liebe Freunde von uns, es freut mich, dass ihr da seid. Es freut mich, wenn ihr euch seht. Und ich bin mir da. Und ich bin mir da. Und ich bin mir da. Danke, sehr. Wir haben noch gleich noch mal. Duriduri! 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 So, von der Streik geht's zurück in den Schwabenländern. Und da kann man dauerbauen. Schöne, schöne, schöne! Das gibt's auch nicht so, gell? Das gibt's auch nicht so, gell? Das gibt's auch nicht so, gell? Ja, das ist so. Das ist so. Das gibt's auch nicht so. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.